mindestens also oder man merkt immer die Pflanzen hochweilen muss die die das kriegt man schon hin das war vergessen ich habe mich noch an die Hochweilen und an diesen komischen Brennbaum da bio ähh 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 was sagst du mir denn? nöschend 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 kipp rein diesmal startet den Angriff nicht f*** euch das geht doch nicht das geht doch nicht das geht doch nicht ja geht nicht muss gehen nein deshalb zu gehen verdammt wenn ich das sage geht das dann das hat mir nichts widersprechen so so die verteidigen das ist doch da denke ich seh nicht du kannst mich am Arsch lecken die Tüten vor der Tür stehen so lange kommen die Jungs hehehe h das DASCHEN KÜBEL es wird vergessen hehehe ich werde ein bisschen mal da hinten machen wir die nicht machen halt ich werde die vor dem Baum der Eiskugel der normal ist ja kannst du nix machen. Du musst du gucken zu. Alles Stasi, Leute, mal mal. Stasi! Eckord! Ich glaube, die Hosen soll wieder sein. Eckord! Brauchtig! Boah, da habe ich jetzt gerade die bösen Gedanken und ich kann nicht nur Aufnahmen sagen. Diejenige Person wird das dann hören, dann kann man sie gar nicht damit konfrontieren. Konfrontieren, ja. Ich weiß, das reicht doch nicht. Das reicht doch never! Never! Never ever! You get wrong! You get wrong! Wie heißt es? 4 Wortsnacht. Ich kann es doch nicht, dass... ...die lange halten wird. Oh, wo ist denn mein Fell ist? Das ist schon 300 übelig. Oder 50 sogar. Leisig sehen wir uns doch platzen. ... ...bisschen hier und vorne, bisschen da und... ...bewegstens sieht es diesmal noch viel, viel mehr aus auf dem Fell. Jetzt kommen wir anfangen. Jetzt kommen wir anfangen. Jetzt müssen wir anfangen. Die erste will er überlegen. Oh, zu ihm muss ich noch nichts machen! Oh, wie nett von euch! Allein die Blauenplatten sind nützlich, wenn ich mich noch über die Fieferverlauf. Und dann auch ja noch die Butterdingung. Geil. Die Butter! Die Butter! Die Butter in my head! 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 Na? Nein. Das ist nicht das Spiel wie ich finde. Da davor sehe ich einfach die ganze Scheisse auf! Den ganzen Bull-Schild, den ganzen Latschen, die das nieder! Da hast mich schön synchron aufgestellt! Ja, also nein. und 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 auch und Wir hätten noch Cooler Bull, aber da ist Cooler Bull von oben auf den Schießen mit der Tür. Da muss ja nicht erst die Tür kaputt machen. Da steht ein Hof bei, du bist arschlich. Arschlich und tralala. Irgendwie kriegt die Wasserverteidigung kaum mehr schnell. Soll ich die da hinbekommen? Schlecht. Das hat beim Wasser wieder als erstes Rollstrick. Und klar, guck mal, die werden fressen. Die fressen. Ja, muss ich nicht viel Cooler spielen. Ja, die kommen aber nicht. Das sind drei Zombies. Ich hätte gerne solche Dinger da gehabt, aber nein. Aber ne. Yeah. Ein Reihe haben wir gerettet. Vielleicht bringt da noch ein Zombie um. Das ist doch... Ja. Ja, das ist ja... Das ist das. Das ist ja... Ich bin jetzt fertig, das ist das. Ich bin dann fertig. Ich bin jetzt dran. Ich bin jetzt dran. ja, kleine Mama! Ach, komm! um das Problem war schlecht ach, nicht schlecht, na klar ach, ich hab mich so hart zu dir gestatten Pessimisten gestatten Pessimisten meine Arme weißt du was? und wenn wir den Deffels gebaut sind Def Def Der 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 Dankeschön um so man scheint zu erreichen doch mal der Verteidigung nach dem Flakten muss überlegen was auch so beim Schüssens ich könnte den ganzen Abonnenten wenn ich wollte und auch die 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 ja ja und ich denke ich das gefühl nicht eigentlich muss die große ja machen jetzt mal Eine Stunde.